Hallo und herzlich willkommen zum wöchentlichen Video von Ausstellungen Stuttgart und Glarefy. Ich bin Felix und ich war letzte Woche auf der Eröffnung einer Fotografieausstellung in der Galerie Stöckle Hauser und das Ganze hieß Outer Space und dort haben drei Fotografen und eine Fotografin ihre Arbeiten gezeigt und hier sind meine Impressionen. Ein außerirdischer oder aus einer überirdischen Sicht, von weit weg, von oben und das ist ja oft die Sicht, die ein Fotograf, der ja immer Beobachter einer Szenerie ist und nicht der direkt Beteiligte, hat in den Bilden stehen. Dieser langsame, über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte andauernde Prozess wird von Susanne Wegener dokumentiert mit Bildern, die oft den Eindruck für mich erwecken, wir wären gerade auf der Erde angekommen nach einer großen Katastrophe. Die Dörfer sind entvölkert, der Mensch ist verschwunden. Die Natur holt sich gerade den einstmals kultivierten oder besiedelten Raum zurück. Die Dörfer sindril humanity, die Stocher haben es jeて einen Aufmerksam unto und weist den Augen nach beholden. Das heißt, es ist einетрists Mensch, der Engel zum Beispiel standarbeit und das Ding mit志iten hier verpasst... Und wir sind jetzt schon mit,映画en, der Sohn месте die Raum vorkam von Sudene sua espeLetbtik Disney kommt auf der Erde angekommen nach einer neuen ö medals, Und wir sind diese bei uns unter dem Gespräch Phillips-Gro�vsky-Wortvisible ja Schrubline auswanderungsbe digits für dich, half einer weiteren Prozessem mit Astro. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja und diese Woche gehe ich auch wieder auf eine Ausstellung am 14.11. um 19 Uhr, schließt sich gerne an. Dort geht es zur Ausstellung Grökas. Die größten Künstler aller Zeiten stellen dort aus. Das sind vier Meisterschüler vom Weißenhofprogramm, von der Akademie in Stuttgart. Und die Ausstellung wird in der Villa Merkel in Esslingen stattfinden. Also kommt gerne dazu, schreibt mich an, dann können wir uns treffen und würde mich freuen, wenn eine kleine Gruppe zusammenkommt. Bis dann, viel Spaß!